Stimmt, wir sind ja jetzt auch wieder bei 6. Da bin ich ja vollkommen verpeilt da unten. Es sah kurz so aus, als ob es dort unten lang geht. Aber es sieht nicht so aus. No! Die sind doof, die sind zu schnell für mich. Oh mein Gott, okay. Dann heißt es jetzt mal vom Mittelfast. Oh Gott, jetzt ist es auch noch wieder hier. Okay. Neuer Versuch, Freunde. Neuer Versuch. Wir schaffen das. Ah, cool. Hier war noch... Achso, hier ist die... Achso, okay. Hier ist nur eine Bananenstaude. Okay, alles klar. Oh Gott. Die haben mich am Klein-Zieh oder so getroffen. No! Okay. Noch einmal. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay, jetzt steppe ich aber gerade einfach nur noch durch Dummheit, oder wie? Mano. Oh, cool. Ich glaube, ich sollte den Bananenstaude noch einfach nicht mitnehmen. Ich sage, es bleibt einmal ein kleiner Zier oder sowas, oder ein Fingernagel. So ein Hauch vom Fingernagel. Einfach mal an den Dingern hängen bleibt. Dann sterbe ich sofort. Aber es hat doch gerade so gut geklappt, ey. Ja, soll ich jetzt gerade nochmal probieren, den... ... die Münze bekommen? Ja, doch, wir können es eigentlich probieren. Wir schaffen das ja auch, sonst schwimmen wir das jetzt auch nicht hier. Nice. Stirb. So. So. Das hat ja gerade auch ganz gut geklappt, so einigermaßen, bis dann halt auf einmal so ein komisches Scheiß-Riesending auf mich zugeschwommen kommt. Okay. Genau, da unten ist... So. Hier habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich... Ne, ich kann nicht diagonal schwimmen, ne? Also auf jeden Fall auf dem Controller hier anscheinend nicht, was gerade ausschaut. Das mir jetzt gerade mal aufgefallen. So. Kommt hier unten was? Ja, genau. Hier kommt der Spast. Oh Gott, das war knapp. Nehmen wir nochmal hier runter. Nice, wir haben es geschafft. Also, was heißt, wir haben es geschafft, aber... ... es kommt ja noch ein kleines bisschen. So, hier müssen wir jetzt nach unten. No. Hallo, ich bin doch. Oh Gott. Okay, das brauche ich nicht. Okay, da hat es mir gerade fast die Frisur versaut. Okay, jetzt einmal ganz kurz warten, bis sie wieder unten ist. So, hoch, 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 hoch. Doch, wir brauchen dich. Nein, wir brauchen dich. Was soll das hier? Brauchen wir dich. Hier kann ich dann einfach nur durchschwimmen. Obwohl, jetzt kann ich hier einfach ganz nach oben, ne? Soll ich das gerade richtig in den Sinn haben. Dann kommt da einer, na genau. Oh Gott. Okay, ich kann da, ich glaube, ich schwimme da eher durch, ne? No! Das ist so ärgerlich, wenn man immer kurz vor dem Ziel stirbt. Oh, okay. Wir schaffen das, Freunde. Wir schaffen das. Wieso nehme ich dich jetzt eigentlich schon wieder mit, du doofen Bananenstaude? Weil ich da genau schon wieder sterbe. Ich kann nicht diagonalisch mit Manu. Das wird gerade sehr, sehr ärgerlich für mich, Freunde. Das mag ich nicht. Ah. Okay, wir spielen jetzt einfach safe, ne? Wir spielen jetzt wirklich safe. Auch wenn ich das schon tausendmal gesagt habe. Aber wir spielen jetzt safe. Also noch safer als sonst. So, hier kommen wir jetzt zum Fisch. Und wir holen uns auf jeden Fall nochmal den Schwertfisch. So. Ah, stirb. So. Da kommen die paar Bananen. Hier kann ich eigentlich auch nochmal kurz mitnehmen. Weil wir gleich wieder kurz davor sind, ein Leben zu bekommen. Yay! So. Oh, es wäre auf jeden Fall echt gut, wenn wir den Schwertfisch eigentlich bis zum Ende behalten würden. Weil da würden wir so easy durchkommen. So. Aufpassen. Nein! Okay, okay. Bitte, bitte lass mich wieder drauf. Bitte lass mich. Nein. Hallo. Es ist so traurig. Und der ist weg, ne? Ja, natürlich. Die spawnt der natürlich. Damn! Das war ärgerlich. Da war ich wieder ein bisschen zu hastig. Das ist zum Thema safe und so. So. Nein! Hier ist noch ein Donkey. Kommt fast. So bis dahin. Danke. De, de, de. Jetzt stehe ich mal kurz vor dem Herzinfarkt. Ich hasse Unterwasserlevel. Wirklich. Das habe ich schon tausend mal erwähnt. Aber, aber, aber Unterwasser ist doch einfach nervig. La, 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 la. Das heißt, sie sind cool, aber Unterwasserlevel ist die Musik, ey. Voll der Flame, den ich hier gerade loslasse. So, wir haben es geschafft. Nice Leben. Hier kommt jetzt ein schneller. So, und gleich bevor es dann hier nach oben geht, muss ich dann aufpassen. Genau, da ist er. An dem bin ich gerade die ganze Zeit verreckt. Nee, ich hasse diesen Fisch. So, oh Gott. Das war gerade sehr knapp. Und sag, wie hieß jetzt direkt? Es ist einfach so ärgerlich, ne? gut, ich werde auf jeden Fall jetzt auch Minecraft Madness okay ich mach das so, ich wollte den Part eigentlich schon gerade beenden, aber ich probiere das jetzt nochmal ich probiere es jetzt ein paar mal, bis wir Game Over gehen, weil da brauche ich jetzt gerade nochmal frische Energie für ach du heilige Scheiße man kann auch noch rausspringen okay okay das hätte ich nicht tun sollen ich wollte da eigentlich oben ran springen, okay das ist diesmal ein Minecraft Level, wo nicht das ganze Minecraft mitspringt sondern also wir springen da halt nur mit okay, das kann das nicht werden, Freunde okay, ich muss eigentlich nur springen, ich muss noch nicht mal irgendwie die Richtung oder also okay, da muss ich dann halt die Richtung wechseln also was ich jetzt gerade da damit meinte ist oh, das war doof vor mir, das war wieder doof vor mir was ich damit meinte beim springen müssen wir uns jetzt nicht irgendwie nach links oder rechts bewegen so hei, 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 hei okay, das hat mir das eine Minecraft Level auf jeden Fall ich sag mal besser gefallen, aber es kann ja auch noch werden würde ich jetzt gerade einfach mal sagen ich muss mich einfach nur gut anstellen okay, das war doof ich muss mich oben am Seil festhalten, okay also wie es scheint gerade sonst kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen wie ich den Sprung dort schaffen soll okay oder ist das jetzt hier einfach nur ein Bonus ich denke nicht oh Gott, auch noch Bienen no oder Wespen, was auch immer ihr seid Hummeln okay, da hätte ich das rum mitnehmen können nein, oh, ich springe ein bisschen zu früh ab ich dachte, er springt da noch rein und, ähm ja egal, Freunde ich, ich, ähm probiere ach, stimmt wir müssen jetzt eh das eine Level dann nochmal neu machen okay, ich probiere jetzt gerade nochmal an dem einen Level hier durch einfach nur, weil, ne ich hab ja gesagt, dreimal Safe States dürfen wir benutzen ab dann nicht mehr von daher, wir, wir, wir kommen schon weiter und sobald wir auch so einen Flugpunkt erreicht haben na, ich glaub, vorher komm ich ja auch nicht weg ähm werde ich dann auch mal in den Anfangsgebiet ein bisschen mindestens 10 Leben fahren oder sowas ist, glaub ich, denke ich mal ganz gut also kann man mal machen so so ich weiß auch gar nicht, ob ich das dann so handhaben soll drei, 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 äh ich sag mal ich will dich eigentlich schon mitnehmen voll, nein, dich nehme ich nicht mit weil ich würde auf jeden Fall schon echt gerne ein paar Leben im über im Überfluss sagen, weil das wäre halt schon echt nice weil es doof ist ja auch, man hat halt immer nur fünf geh weg man hat halt immer nur fünf Leben und wenn ich dann halt gegen Obergeer, dann kann es halt oh, passieren, dass ich am einem Level halt fünfmal sterbe und dann halt irgendwie, oder zwei Level halt weiterkomme und dann bei dem einen Level fünfmal sterbe und das hätte die ganze Zeit passiert und, ähm ja dann setze ich halt Parts für Parts halt irgendwie immer an den Leveln aber wie gesagt, man wird ja auch besser umso mehr man, ich sag mal, übt oh, stopf! und ich schwimme genau in dich rein sehr gut oh, okay ich warte, kriege ich eigentlich auf das Speicherfass was kommt, das dauert ja nur ein kleines bisschen, bis es da ist so ah, hier ist das Speicherfass, sehr gut einfach nur vorsichtig spielen dann, dann, dann schaffen wir das auch das habe ich am Anfang ja auch geschafft weil, auch, weil, auch wenn es da einfache Level waren das war gar nicht jetzt genommen, aber mancher Mann schafft ja schon man schafft ja schon so, Schwertfisch holen nein, wir schwimmen jetzt gerade noch nicht los jetzt schwimmen wir los und jetzt hallo so gucken, wie lange ich es diesmal behalte ich war gespannt na komm, wann kommt ihr komischen Drehviecher, da so, hier kommen wir jetzt einfach durch genau, da unten ist noch ein Dekafass das nehme ich auch noch gerne mit so ab nach oben jetzt kommen diese drehenden Dinger wieder also, dass sich im Kreis drehen so la 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 hallo, kannst du mal danke oh Gott, das war knapp so okay, das haben wir überstanden sehr gut vorsichtig einparken hier kommen jetzt gleich ein Fischi ne, Fischi, Fischi jetzt habe ich gerade richtig Bock auf Finder, uah, Nemo gucken bin ich schon wieder gerade fast hierauf reingefallen Finder, Nemo kann man auch immer gucken egal wie alt man ist ich mit dem Film damals so recht scheiße geliebt wo wir jetzt gerade einfach mal beim Thema sind das kann man jetzt sogar Finding Dory oder sowas, ne in der Richtung ist da schon draus ich weiß es oh Gott das war ein bisschen zu spät nooo ich werde Fischi verlieren ich werde Fischi doch nicht verlieren ich werde Fischi, weil ich so, sterbet alle ihr kack oh ich werde auch immer für irgendetwas bestraben dieses Spiel verdammt so da kommt dann auch schon wieder einer also ich gerade ist es mir mal aufgefallen im Vergleich zur letzten Folge bin ich gerade richtig emotional was das Spiel gerade angeht ich weiß gerade nicht wieso oh das nimmt mich gerade doch schon mit das Unterwessel ist echt einfach nur Aids achja jetzt hätte ich dich hier fast vergessen so vor allem dass wir hier nicht sterben das frage ich mich auch gerade weil eigentlich sieht das irgendwie viel viel schwieriger aus als die anderen Drehräder mit Spikes oder wie man die Dinge auch nennen mag ich habe so bisher einfach immer Räder genannt Traktorreifen mit Stachel dran haha böse so 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 ach obwohl was ich eigentlich auch machen könnte ich glaube das speichert ja auch den Spielstand ähm wenn ich jetzt hier nach direkt ähm zur Speich also zum Speicherdegons gehe zu Candy und dann sage von wegen jo ich möchte abspeichern weil dann speichert der ja rein theoretisch hier alles ne das hätte ich eigentlich mal machen können also immer nachdem ich halt ein Level abgeschlossen habe das sollte ich eventuell mal machen okay das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen aber gut ja stimmt das hätte ich eigentlich machen können dann muss ich ja auch nicht mal unnötig mit Safe States halt spielen außer halt ne boah ich komme mir voll wie der Cheater vor gerade das finde ich eigentlich gar nicht oh la 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 so diesmal schaffen wir das hier aber boah ich kann nicht diagonal schwimmen was ist das es nervt so wapp sch wenn wir dem Drehradscher äh mit dem Analogstick vom Xbox-Kontroll geht's auch nicht schade so nice nice okay ich schwimme jetzt erstmal nur am Boden damit ich auch genau weiß wann die Picher kommen oh Gott das war knapp gerade no und hier kommt jetzt gleich auch noch irgendwo so ein schneller Fisch da ist er so oh da fällt einem wirklich ein Stein vom Herzen wenn man es dann auch erneut geschafft hat so was jetzt nämlich mal was könnte warte ich glaube das klappt auch hundertprozentig ne so hallo Candy Kong Candy Kong so ja gut Freunde da würde ich nämlich auch mal gerade sagen zwei Parts habe ich jetzt aufgenommen das Make-Up Matters werden wir uns dann dem nächsten Part mal widmen also mal gucken wie es wird vielleicht kann ich ja da heute mal spiele auf Deutsch stellen und ja ich hoffe auf jeden Fall dass ihr soweit wieder Spaß gehabt habt bei der kleinen Aufnahmepartie jetzt gerade und jo wir sehen uns dann bald wieder und jo tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü